Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Häcksler-Video. Die heutige Aufgabe ist, das Schnittgut, das bei Heckenschneiden vor etwa einer Woche angefallen ist, klein zu machen. Und das mache ich heute mal mit einem anderen Häcksler, als den ihr bis jetzt kennt. Und zwar ist das einer mit Zapfwellenantrieb, der hinten am Bulldog dran hängt. Den Häcksler selber erkläre ich euch gleich, aber kurz vorher einmal das, was zu häckseln ist. Das ist also das hier hinten. Das ist ein kleiner Hafen. Und dann habe ich auf der anderen Seite drüben im Grundstück, da ist auch noch ein bisschen was. Also es ist insgesamt nicht sehr viel. Trotzdem lohnt es sich nicht, das wegzufahren, weil es eigentlich ein gutes Material ist, gute Ware ist. Es ist ein bisschen holzig, ein bisschen Laub. Also eignet sich dann super, um zu mulchen. Ich habe jetzt einmal den Traktor umgeparkt. Bin jetzt gleich einmal ans Häckslergut hergefahren, an das, was zu häckseln ist. Und bevor ich jetzt anfange und den Häcksler Umbau bzw. Umbau arbeitsbereit mache, möchte ich euch kurz ein bisschen was zeigen zum Häcksler und wie er ausschaut. Ich habe jetzt an dem Häcksler ein paar Veränderungen vorgenommen. Nichts Großartiges, einfach self-made oder do-it-yourself. Und zwar Sachen, die man brauchen kann, meiner Meinung nach, und die recht nützlich sind. Und zwar wäre da zum Ersten eine kleine Werkzeugkiste. Die gibt es für ein paar Euro in jedem Baumarkt. Das Blech dazu, die Befestigung, den Halter habe ich selber gemacht. Einfach ein Stück Blechtafel und dann die gebogen. Das ist jetzt nicht so stabil, aber es hält. Und man hat seine nötigsten Sachen dabei, die man für den Häcksler braucht, um einfach einmal notfalls bei Verstopfung oder sowas den aufzumachen oder ihn einfach arbeitsbereit zu machen. Ich zeige es euch kurz einmal. Da sind also bloß oben eine kleine Ablage. Da sind also hier ein paar Schrauben drin. Die brauchen wir dann später, um den Schacht, den Einwurf festzumachen. Und dann hier die nötigen Schraubenschlüssel in einem alten Socken. Damit es also nicht zu übermäßig scheppert. Ja, das ist einmal die erste Veränderung. Die zweite Veränderung, die habe ich jetzt selber nicht hingemacht. Das hat schon der Vorbesitzer gemacht, weil das Gerät ist also gebraucht. Und zwar hat er hier unten einfach ein paar Hölzer hingeschraubt, damit der Häcksler höher steht. Also wenn er seinen Boden abstellt und man hat jetzt einen Traktor in der Größe wie meinen, dann geht es normalerweise sonst zu tief runter. Der Häcksler und die Gelenkwelle würde zu stark abknicken. Und ist also nicht gut. Besser ist es, die Gelenkwelle, ihr wisst es, möglichst gerade zu halten. Deswegen, wie gesagt, hat der Vorbesitzer hier solche Hölzer drunter geschraubt. Ist ja ganz eine gute Geschichte. Man könnte es natürlich auch besser machen. Einfach, dass man hier etwas aus Metall macht. Wäre es sicherlich haltbarer. Könnte man dann gleich von der Höhe noch ein bisschen höher machen. Sodass wirklich der Häcksler exakt auf dem Bulldog abgestimmt ist. Im Optimalfall diese Füße vielleicht sogar in der Höhe verstellbar. Aber da hatte ich noch keine Zeit und dann noch keine rechte Lust, so etwas zu machen. Aber momentan taugt es ja so ganz gut. Die nächste Veränderung, die habe ich wieder selber gemacht. Ich habe hier einfach Winkeleisen genommen, ein Rechteckrohr und habe mir hier eine Anhängerkupplung draufgeschraubt. Und dann gehe ich runter. So eine normale Kugelkopfkupplung für einen PKW-Anhänger ist ganz praktisch. Wenn man mal was anderes zusätzlich zu transportieren hat oder das Häcksler gut irgendwo verfahren muss, dann ist es gut, wenn man eben nach hinten einen Anhänger anhängen kann. Deswegen habe ich mir das gemacht. Als Hinweis noch kurz, wenn jetzt jemand wissen will, wegen der Stabilität. Ich habe jetzt hier praktisch das Rohr, ist also doppelt. Das sind also zwei ineinander geschobene Rohre. Und auch hier die Verschraubung ist mit einer Hülse verschweißt. Also das Ding ist wirklich bombenfest und reißt also nichts ab. Jede PKW-Anhängerkupplung ist leichter als wie das. Das trägt normalerweise jeden normalen PKW-Anhänger. Ja, das ist dann das eine. Und dann zu guter Letzt. Ja, und das hier ist für mich die wichtigste Veränderung am Häcksler oder die wichtigste Ergänzung. Das ist diese Rutschkupplung. Und zwar Sicherheitsaspekt, denn der Häcksler selber hat keine Sicherheitseinrichtung. Manche Häcksler sind mit einem Keilriemen angetrieben, der durchrutschen könnte. Das gibt es hier nicht. Da ist also direkt diese Häckslerscheibe direkt an der Zapfwelle dran und damit direkt am Getriebe. Und wenn natürlich dann ein großer Holzbrocken oder Holzstück, wenn dann sich spießt, dann besteht immer die Möglichkeit, dass der Häckslerschaden nimmt. Oder was noch für schlimmer wäre, dass direkt das Getriebe vom Bulldog kaputt ging. Ja, das ist jetzt hier der Einlass. Das ist die Größe für das maximale Holz. Wie man hier unten sieht, passt er trotzdem relativ große Stücke rein. Die Messer sind also auch hier recht schön, die den ganzen Bereich abdecken. Und was bei dem einfachen Häcksler jetzt hier ist, der hat keine Walzen, die das Häcksler gut einziehen, sondern es geht jetzt hier mit Schwerkraft, beziehungsweise wenn das Häcksler gut abgeschnitten wird, dann zieht sich selber immer wieder ein bisschen ein Stückchen ein. Das funktioniert aber nur dann, wenn es holzig ist und wenn es es selber greift. Ich klappe jetzt einmal den Trichter, den Einfülltrichter runter, verschraube den dann. Und dann mache ich einmal den Häckslerraum selber auf und dann schauen wir uns einmal das große Messer an. Und dann machen wir uns einmal den Trichter, den Trichter und den Trichter und den Trichter und den Trichter. So, das war jetzt eigentlich schon die ganze Aktion von Transportstellung in Arbeitsstellung. Und jetzt kann es eigentlich schon losgehen, den Trichter einschalten, den Häcksler gut rein. Man kann dann hier oben noch den Ausbau natürlich einstellen, wo es hingehen soll. Die Schraube ist ja auch ganz einfach gelöst mit einer Einhandbedingung. Ja, wenn das jetzt Verstopfung zum Beispiel ist oder zum Reinigen geht es eigentlich ganz einfach. Es ist nur eine Schraube, die man öffnen muss. Es ist diese hier. Was ein bisschen Nachteil ist, meines Erachtens ist, hier hat man andere Schlüsselweite als hier unten. Es wäre also ein bisschen sinnvoller gewesen, hier unten ein bisschen größere Schrauben zu nehmen, die der Größe der oberen entsprechen, sodass man nur noch einen Schraubenschlüssel braucht von der Größe her. Und nicht so wie hier jetzt unten brauche ich einen 17er, oben brauche ich einen 18er. Dann gehe ich einmal auf die andere Seite und klappe einmal den Deckel hier ab. So, ich habe jetzt einmal die Kamera vom Stativ runter. Dann ist es einfacher, das Innenleben anzuschauen. Ich gehe mal auf die andere Seite rüber. Ja, das sieht man jetzt hier. Die Welle, auf der die Hackscheibe gelagert ist, die Hackscheibe selber, hat vier Messer. Diese Messer kann man wenden, sind also nur verschraubt. Ist also auch eine recht gute Geschichte. Und dann hat man auf der anderen Seite, ich gehe mal kurz nochmal hier rum. Dann hat man also, wenn das Hackgut abgeschnitten ist, hat man hier noch so einen Brecher, der das Ganze noch etwas verkleinert. Was noch besser wäre, um, meines Erachtens, ein besseres Hackgut, ein besseres, gleichmäßiges Hackgut zu erzeugen, wäre, wenn hier zwei Brecher drin wären. Also nicht bloß ein Messer oder ein Anschlag und eine Öffnung, sondern wenn es zwei wären. Dann wäre dieser Abstand hier kleiner und dadurch wäre das Hackgut gleichmäßiger und kleiner. Das ist also nicht ideal. Aber ansonsten, dieses Hackmesser selber ist relativ groß und auch deutlich, oder relativ schwer. Und dadurch eine gute Schwungmaße. Und wenn da jetzt ein größeres Stück reinkommt, dann läuft es trotzdem schön durch. Ich zeige jetzt kurz einmal noch den Hersteller, beziehungsweise den Vertreiber von meinem Gerät hier. Soll da keine Werbung sein, aber ich mache es trotzdem mal. Dann brauche ich es nicht groß erklären. Da ist sogar noch die Folie drauf. Das Ganze ist also von V-Demo. Ist also ein Online-Baumarkt. Gibt es also auch hier vor Ort. Heißt dann Stabilo. Und da sind die technischen Daten noch dabei. Das Ganze ist angegeben mit einem Holzdurchmesser von 13 cm. Und soll arbeiten bei 540 Umdrehungen von der Gelenkwelle. Ich habe die Erfahrung gemacht, bei 540 Umdrehungen wirft er nicht optimal aus. Also er bläst dann nicht so gut. Vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel Fichtenäste oder Birkenreisig oder so was hat. Also feine Sachen hat. Dann ist es besser, er läuft ein bisschen schneller. Und da gebe ich gerne mal 100 Umdrehungen zu. Und fahren dann mit 640 oder mit 620 Umdrehungen. Jetzt machen wir noch kurz mal einen Überblick. So, dann machen wir die Klappe wieder zu. Dann sichern wir das Ganze wieder mit dieser einen Schraube. Die ganze Ausführung von dem Häcksler ist relativ robust. Also diese Materialien, die Bleche sind schön dick. Die Schweißnähte könnten besser sein. Sieht also eher so aus, als hätte irgendein Amateur das Geschweiß. Also sicherlich keiner mit Schweißprüfung. Und die Lackierung selber ist eigentlich auch ausreichend. Und soweit ganz gut. Im Großen und Ganzen ist das Gerät in Ordnung. Wozu es nicht geeignet ist, das sind Hackschnitzel. Deswegen hat es der Vorgänger auch wieder verkauft, weil sich der verkalkuliert hatte. Der hat gemeint, er kann mit dem Häcksler Hackschnitzel machen für die Heizung. Und das funktioniert also nicht. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Die Hackschnitzel selber sind von der Größe her nicht immer gleich groß. Und es sind teilweise auch ein bisschen längere Stücke dabei. Und das ist natürlich für die Hackschnitzelheizung tödlich, weil die spießen sich dann in der Schnecke. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Jetzt habt ihr lang genug meinen Erörterungen zugehört. Ich hoffe, ihr seid immer noch dran, habt ihr euch jetzt schon wegschalten. Und dann lassen wir einfach mal ein bisschen was durch. So, ich habe jetzt meinen Helm auch. Die Sichtschutz, die Hörschutz. Ich habe den Brauch mehr, weil es die für die Hackschnitzelheizung geht. Und durch die Samtkomme einfach mal kurz ein und die Zeit wird sehen. Und durch die Samtkomme einfach mal kurz ein und die Zeit wird sehen. Und durch die Samtkomme einfach mal kurz ein und die Zeit wird sehen. Und durch die Samtkomme einfach mal kurz ein und die Zeit wird sehen. Und durch die Samtkomme einfach mal kurz ein und die Zeit wird sehen. Und durch die Samtkomme einfach mal kurz ein und die Zeit wird sehen. Und durch die Samtkomme einfach mal kurz ein und die Zeit wird sehen. Und durch die Samtkomme einfach mal kurz ein und die Zeit wird sehen. Und durch die Samtkomme einfach mal kurz ein und die Zeit wird sehen. Und durch die Samtkomme einfach mal kurz ein und die Zeit wird sehen. Und durch die Samtkomme einfach mal kurz ein und die Zeit wird sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Spannungsgeladene Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020